Sag mal Kind, willst du sterben? Ich habe keine Angst, ich darf in den Himmel. Es gibt keinen Himmel, oh Gott, kein Engel. Das einzige, was dich in der Zukunft erwartet, ist das Nichts. Aber vielleicht kannst du das ändern. Vielleicht kannst du für alle Zeit ein Kind bleiben. Würde dir das nicht gefallen, würdest du diese Gabe nicht annehmen. Meine Freunde werden kommen und dich töten. Alle Zeit, diese Gabe nicht annehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020